Der erschreckt mich immer wieder. Wo bist du hingegangen? Wo bist du runtergegangen? Ich geh jetzt andere Seite die Tröppel wieder runter. Nicht von da wo wir hochgegangen sind, sondern von der Seite. Achso, ich bin jetzt schon unten. Jetzt geh ich mal in den Pumpgun Raum nochmal, in den Schrotflintenraum. Guck mal hier, aber hier ist wirklich nix, ne? Naja, hier ist nix. Also guck mal an die Wände hier, an die Bilder. Alter, wo sollen wir denn hin? Wir waren überall. Und wieder hinten ein Skorpion Raum, oder was? Da waren wir doch überall. Hä? Ja, da waren wir überall. Das ist krass. Der Typ scheint gar nicht da zu sein, ne? Ich fühle mich immer sicherer, ey. Ist aber nicht gut. Ja, genau, das wollen die bestimmt auch. Dass man dann so rumsucht wieder, so völlig im Suchrausch. Dann findet man irgendwas und auf einmal kommt er dann. Dann sagt man so, ja, jetzt hab ich's gefunden. Guck, hier mussten wir hin, haben wir gar nicht gesehen. Und dann kommt der so, wow, und alles geht wieder voll los. Ja, genau. Ja, stimmt. Wo waren wir hin? Guck mal, da ist was oben ran gezeichnet, ne? An die, oben an der, an der Brücke. Ich guck mal von unten. Ach nee, das ist abgepellt alles. Ich weiß nicht, wo lang er ist. Ich bin jetzt echt ratlos. Und sprachlos. Hm. Ciao. Guck mal nochmal auf die Karte. Telefon funktioniert nicht. Hm. Meine Großmutter. Ich hätte ja noch so ein Psychopharmaka-Zeug. Soll ich das benutzen? Genau, nimm das mal. Ich würde das auch nehmen, wenn ich das hätte, aber ich hab keins. Genau, hab's genommen. Da sind ganz viele Sachen. Draußen sind liegen überviele Sachen rum, wenn ich so gucke. Wo, wo denn? Hier so draußen. Ach so, ja genau, da auch an der Gardine, ne? Da unten, rechts an der Gardine, hab ich auch schon gesehen mit der Pille. Ja, genau. Dann geh ich jetzt nochmal zurück. Ich geh jetzt nochmal zurück in die Küche und so. Vielleicht seh ich jetzt da irgendwas. Ich mach jetzt die Tür auf. Geh jetzt zur wackelnden Gardine. Hier ist noch was. Ich hab hier noch was gefunden. Was denn? Was denn? Hier. Genau, ich lauf weiter hier. Ich bin jetzt an der wackelnden Gardine. Ich gucke, ob ich irgendwas sehen kann hier. Ich seh hier nix. Ich seh hier immer noch nix. Ich lauf jetzt in die Küche. Der ist, glaub ich, da drinnen im Wohnwagen, wette ich, ne? Keine Ahnung. Ich lauf jetzt hier schnell rum, damit ich irgendwas entdecken kann mit dem Aufdrogen. Genau. Ich lauf jetzt ins Wohnzimmer. Hier ist auch nix. Nix zu entdecken. Hier ist auch nix im Flur. Wir haben hier alles. Garage. Ich geh schnell runter in die Garage. Geh mir schnell um. Hier ist auch nix. Wo wollen wir jetzt hin? Wo bist du überhaupt? Ich bin in der Küche. Warte da, was du da entdeckt hast. Hier habe ich wieder was entdeckt. Ist hier wieder draußen? Hä? Da draußen? Was ist das? Wie kommt man da hin? Kommt da noch irgendwie hin? Hier draußen? Sag mal. Ich will mal die Uhr angucken. Können wir nicht aufmachen? Ah ne, jetzt ist 10.15 Uhr, ne? Hier auf der Uhr auch. Ist ja krass, ne? Bist du wieder zurückgegangen? Ich geh jetzt wieder zurück in deinen Hauptsaal. Hauptraum? Ja, genau. Wie in den, wo die Eingangshalle meinst du? Wo die Treppen sind. Ja, genau. Da renne ich auch mal hin. Voll lustig, wenn du dann so sagst, dass du da bist, dann denk ich so, ich bin voll alleine hier und dann bin ich wieder hier mit dir. Ja, Mann, genau. Fühl ich mich auch so. Ist doch lustig. Wie lange ist man denn auf Drogen? Wie sieht man das denn? Das sieht man irgendwie nicht. Also ich habe es nicht gesehen. Vielleicht kann man es ja sehen. Ich weiß nicht. Aber ich habe es nicht gesehen. Wo wollen wir jetzt hingehen? Sollen wir nochmal nach oben gehen? Guck mal, die Tür ist ja noch zu hier. Ich mach die... Äh, auf. Ich mach mal zu. Aber was sollen wir denn nach oben? Ich entdecke ich da was auf Drogen. Ach so, ja. Hab die Tür oben aufgemacht. Lauf nach rechts. Geht nicht mehr auf, die Tür. Da, die weiße oben. Ach so, Schlangentür. Genau. Auf dem Balkon lang. Warum gehst du denn immer auf dem Balkon lang? Aber ich glaube, das ist nicht mehr aktiv. Ein Psychopharmatikerzeug. Jetzt hat sich die Kiste hier hinten gesehen. Guck mal, ich höre aber die ganze Zeit Türen auf und zuschlagen. Aber wir sind jetzt hier überall rumgelaufen. Der Typ ist nicht da und wir können hier einfach rumrennen. Ich bin jetzt hier hinten ganz weit weg. Hörst du das nicht? Doch, ich höre das alles. Muss ich mir einfach vorstellen, du bist das. Du rennst hier durch die ganzen Räume. Wo bist du? Ich laufe ja auch hier durch die ganzen Räume. Ich geh jetzt wieder zurück in die Eingangshalle. Ja. Genau. Hier ist ja wirklich nichts. Tür aufgemacht. Ich bin jetzt hier oben wieder. So, dann ist nur noch das andere da. Da wo wir auch schon hundertmal waren. Da unten die Skorpion Tür durch, ne? Ja. Guck mal da so lang. Gucken wir, ob es auf der Uhr auch gleiche Uhrzeit ist. Das ist ja krass. Ja man, wirklich. Auf jeder Uhr. Es ist 10.15 Uhr. Hier neben der Skorpion Tür. Was? Ich geh jetzt durch, durch die Skorpion Tür. Genau, ich auch. Jetzt links, ne? Oder was war denn geradeaus? Ja, kommt mal da hinten so zurück, oder? Achso, Überwachungs rauf. Saloon. Achso, Saloon. Oh, jetzt kommt man da. Genau. Da links. Da runter wieder. Genau. Treppen runter. Alter, wo denn aber? Wir waren doch hier schon überall, ey. Kann doch nicht wahr sein. Das ist extra so wettig. Das geht geradeaus. Nicht rechts, sondern geradeaus. Das wollen die nämlich bestimmt. Was du jetzt da nicht so rumsuchst. Das ist deren Plan. Sind das schon Heuchel hier wieder? Ja, bei mir auch. Das sind diese schwarzen Scheißdinger. Diese. Diese Clipper-Masse. Ich geh jetzt hier wieder in diesen Raum, wo dieser... Workshop verschlossen. Wo der Sarg war und diese Leichen. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Das ist auch ein Zettel. Ich hab den Kerl geschnappt, der hat mir so... Was ist denn das hier für ein Raum nochmal? Oh Gott. 3A? Guck mal, das heißt doch irgendwas. Wie, 3A? Was ist die Handabdruck? Ist du hier in den Raum, wo dieser Sarg ist? Nee, warte. Wo die ganzen Säge sind? Sarg? Säge? Warte, ich lauf hier grad. Mal weiter. Hä, nee, ich hab mich irgendwie verlofen. Wo bin ich jetzt hier lang gelaufen? Ich hab den Kerl. Ist ja immer so viel. Krematorium meinst du, oder was bist du? Ja, genau. Guck schon. Achso. Das ist ja genau vor mir. Da steht so, man soll den... Hier, hol ihn raus, wenn er fertig ist. Der hat den da ganz links eingesperrt in den Ofen, damit er nicht wieder abbaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mal, du guckst, war ich glaube blockiert. Kann man hier irgendwas drücken? Achso. Ich hab den Kerl geschnappt, ja. Und da liegt ja der Leiche drin, und der hat so einen Schlüssel, oder so. Ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Ja, hier unten. Ah, nee. Starke, flüssige Chemikale liegt hier unten, aber warum? Du weißt doch, wie man die Tür öffnet, oder? Denk dran, 3A und ein Handabdruck. Mach mit dem Mädchen, was du willst. Ah, ich verstehe es! Glaub ich. Guck dir die ganzen Öfen an. Und dann auf einem ist der Handabdruck. 3A und Handabdruck. Ja, genau. Also 3A. Zumachen. Wir müssen zumachen irgendwas. 3A. 3A. Zumachen. Hier, die nebenan sind zumachen. Lara zu. Nicht die Namen, oder? Na doch, das ist doch 3A. Also das meint er damit, glaube ich. Ich hab's jetzt gleich. Oh mein Gott. Jetzt geht's auf. Was hast du denn zugemacht? Alle außer die Hand? Und den ganz rechts nicht. Ich hab Lara zugemacht. Ja, genau. Wilson zugemacht. Krass, guck mal wie der Rauch da so rauskommt. Ich mach... Boah, hab ich... Alter! Was? Zack! Was? Ich hab gar nicht mit einem Schuss. Zack, 2 Schüsse aber. Der steht nochmal auf bei mir. Was ist denn das denn? Lutscher. 2 Schüsse. Bei mir 3. Jetzt ist er weg. Jetzt zappelt er noch so rum. Da liegt was. Ja! Schlüssel! Für den Zerlegungsraum! Yeah! Yeah! Sehr gut. Jetzt hab ich wieder voll Angst, wenn ich jetzt weitergehe. Ja, ich auch. Weil das aktualisiert ist. Ja, genau. Der liegt hier voll bei mir vor der Tür. Der Tür. Der Tote. Den ich umgebracht hab. Der mir genau vorm Sarg. Ja, zum Glück hab ich das entdeckt. Aber hast du ja auch gut verstanden dann da mit der Hand. Genau. Aber gemeinsam gemeistert. Ich mach jetzt die Tür auf. Welche Tür? Ich hab die schon aufgemacht. Dann wieder raus. Genau, ich bin schon draußen. Wo bist du? Warte mal, ich will erstmal auf die Karte gucken, wie wir hin müssen. Achso, genau. Wir müssen zum Boilerraum durchlaufen. Dann können wir in den Zerlegungsraum. Wo ist der Boilerraum nochmal? Hier raus. In die grüne Tür? Ah ne, nicht in die grüne Tür. Ne? Daneben, das. Ich bin falsch gelaufen, glaub ich. Oh! Oh! Ist da was? Neues? Oh, die Geräusche. Ich lauf jetzt hinten durch. Ich bin im Boilerraum. Ich bin im Boilerraum. Hier liegen ganz viele Tote rum. Jetzt mach ich die Tür auf. Ich stehe jetzt bei der Tür, die wir aufmachen können. Ich mach die jetzt auf. Ja, machst du schon auf? Ja, ich hab gedrückt. Jetzt mach ich auf. Okay, ich hab auch aufgemacht. Ich mach sie jetzt komplett auf. Oh, guck mal! Alter, da hängt der Tote Bulle. Ja, Mann. Ja, Mann. Ist das der Bulle? Ja. Ja, Mann. Ja, das ist der. Guck mal, links und rechts. Ach du meine Güte. Guck rechts? Ich hab voll Angst jetzt. Hier vor uns ist irgendwas zu nehmen. Oh mein Gott. Tür geht zu, hinter uns. Wieso kann man es nicht nehmen? Hier erst mal an dieses Ding. Nein! Nein! Ich sollte ihr Vater sein. Was? Was? Nein! Nimm das Ding da vorne. Ich will, dass ihr ihr Vater sein wird. Oh! Ich will ihn finden. Du, Ruhunso. Ich versteck mich hier, ne? Ja. Aber der hat es gerade genommen. Und du, mein Freund. Was? Da ist er also jetzt. Guck, jetzt geht er raus und sucht uns. Nein. Ich mach hier den Schrank auf. Pistolenmunition oder was das ist. Ich bin jetzt erst fertig mit dem Ding. Genau, hab ich auch schon aufgemacht. Und jetzt? Alter, ist das krank. Jetzt hier die Treppe runter oder was? Der ist doch da. Da müssen wir ja. Ja. Ich geh runter. Ich geh jetzt die Treppe runter. Aber ich muss mal... Ich mach die Pause. Ich hab voll die trockene Fresse. Noch nicht. Warte. Noch nicht weitergehen. Ah, ich bin wieder viel zu weit vorne. Ich bin jetzt die Treppe runtergegangen. Ich bin an der Ecke schon. Ich guck hier so rum. Ich laufe jetzt geradeaus. Ganz langsam. Und ziel dabei. Der kommt jetzt, ne? Keine Ahnung. Da rechts ist der doch bestimmt. Bist du schon weitergelaufen? Ich bin jetzt vor der Tür. Ich bin jetzt hier, wo der Schrank ist. Da kann man sich Sachen draus nehmen. Oh mein Gott. Da kann man sich Sachen draus nehmen, ne? Hast du schon? Ja, genau. Nimm mich jetzt hier. Hier ist Speicherpunkt. Ja? Achso, ja, genau. Dann können wir ja erstmal Pause machen, oder? Warte. Hier ist Speicherpunkt.